Yeah, 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 HelloTrixx hier mit dem weißen Bart, das sind wir mal alle hier auf der Penis in der Hand und dann geht's hier gleich mal weiter. Alter, Döner komplett verdammt. Das ist geklaut. Besser ist, ich schau das ja nicht mal, aber ich schau so viele andere Scheiße und die sagen das mal irgendwie total komisch. Das war nice. So meine Freunde, wir haben jetzt mittlerweile 750 Pixel, beziehungsweise ich, und ich werde jetzt ein Star Map Upgrade durchführen. Hmm, was ist denn das Schönes? Traust dich nicht, traust dich nicht, traust dich nicht, traust dich nicht, traust dich nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ist, ist, ist. So, guck mal, ich hab jetzt ein Star Map Upgrade in meiner Hand. Ja, hast du noch nicht gegessen? Nee, hab ich noch nicht, warte. Ist, ist, presset. Ja, 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 wir haben neue. So, okay, jetzt guck mal, guck mal, ob du jetzt irgendwelche geile Scheiße bauen kannst, neue Waffen oder so. Ja, ja, warte, warte. Mach doch mal, mach doch mal. Ja, ich kann einen Hunting Kneif, kann ich bauen. Hunting Kneif, ey. Hunting Kneif, komm, zieh durch jetzt. Nee, wir müssen umziehen, weil wir brauchen... Mach doch jetzt mal. Umziehen, dann nehmen wir aber was mit. Erstmal, erst mal begründen hier. Kannst du, fern jetzt hier mit alle um. Ey, das ist viel zu viel für vier Leute, meinst du? Ja. Lass uns erstmal einen neuen Scheiß herstellen, oder? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Guck mal, wir lassen uns doch das hier und wir nehmen doch nur Ofen und Dings. Boah, wenn ich mal zu Ende reden dürfte. Nein, das ist völlig unten drin. Nee, geht nicht. Ist nicht in der Tüte, sagt ihr. Nee, wir können jetzt Titanwaffen herstellen und die machen schon gut Damage. Also 71, 53, 66. Ja, wir brauchen Titaniumbarren, ne? Ja, dafür müssen wir ein nächstes System, ne? Ja, sag ich, ja. Ja, ich würde mal sagen, wir, ähm... Wir ziehen um. Äh, ja. Komm schon, das merken die nicht, komm, nimm mit. Lol. Ich baue jetzt hier gerade, ich muss jetzt erstmal kurz mein Inventar sortieren und danach können wir es gerne umziehen. Ach, scheiß drauf, Inventar sortieren. Nein, wir brauchen doch auch noch, äh, die ganzen Sachen, die hier rumstehen. Wir brauchen alles. Ja, das mache ich doch gerade. Ja, ich auch. Quasi so halb. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wir hatten hier unten die Kästchen. Ich bin sowieso dafür, dass wir, äh, hier das alles oben bei hier irgendwem im Dings lassen. Das war's. Schiffrein knallen, meinst du? Ich meinte, ein Schiffrein bauen. Ja, ja, ein Schiffrein scheißen. Mach Schiff, du. Ja, Problem ist halt bloß, wenn irgendjemand nicht da ist, dann hast du diesbezügliche Orange-Karte, ne? Und das passiert ja auch an Dorn, wie man sieht. Äh, wir sind doch immer alle da. Ja. Das Weihnachtszeug lassen wir hier, ne? Mein Vollbad nehme ich mit. Du kannst ja mitnehmen, aber nicht die ganze Weihnachtsdeko hier. Ja, was machen wir hier mit dem Kraut? Salat. Kraut im Süden hier, also im Boden drinne. Also die Samen und das Essen, was wir jetzt noch kriegen können, würde ich sagen, nehmen wir mit. Hm, hm. Ja, doch, natürlich. Ja, warte mal, hier die Weihnachtssachen, die müssen wir alle mitnehmen. Moment. Nein, Spaß. Dann mal willst du dich veräppeln? Ja. Jetzt sind wir ernsthaft voll auf die, auf die, auf die, aufs Scheiße. Wer hat die ganzen Erze? Ja, Miss Marple. Was, Miss Marple? Miss Marple? Miss Marple, die ist von Kraut umgestiegen auf Erze. Ach so, von Kraut auf Erd, ja gut, klar. Noch da? Irgendwann wird's langweilig. Hallo? Alles auch nicht. Hallo? Hallo? Schläfst du schon? Ach so, Miss Marple, man kann dich nicht hören. Ich glaub, hier hat eventuell Probleme mit ihrem Mikro wieder. Ach so, ja, das ist das Gewohnte halt. Ja, ja, aber ich seh sie auch nirgends hier. Ach, sie ist auch auf dem Schiff wahrscheinlich. Ja, das hab ich gerade gesehen. So, jetzt aber. Sorry. Ah, okay, alles klar. Ich bin schon auf das Schiff gegangen und hab hier schon die Kiste mit den Ärzten gestellt. Alter, du weißt schon, wie man richtig farmt, ne? Nein. Wieso? Einfach mit E. Guck mal, da läufst du hier lang. Ach, einfach mit E? Ach so, cool. Alter, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man muss alles... Hey, guck mal, du stehst hier daneben und drückst E. Ich bin ja auch die Kaffee-Tante hier. Ich wollte gerade sagen, so ist es, wenn du halt kein Vegetarier bist. Ja, ich bin Fleischfresser und ich... Ich bin auch Fleischfresser, aber ich weiß das trotzdem. Ja, gut, du bist ja auch, äh, ja. Hydropisch. Bimperlesener, sag ich jetzt einfach mal an dieser Stelle. Hydroki. Ach, Quatsch. Soll ich jetzt nochmal runterkommen oder kann ich hier oben bleiben? Weil ich hab den... Wir haben schon hier reingegangen. Wir können eigentlich hoch. Wo bist du denn jetzt auf deinem Schiff? Auf deinem Schiff? Auf meinem. Das ist natürlich sehr gut, weil ich... Wie kommst du denn auf Dude-Schiff hoch? Indem man da einfach rufklickt und zum Schiff fliegt. B-to-Schiff, Mann. B-to-Schiff. Ach, das steht ja echt drauf. Erst mal lieber in Milky Way, dann wüsst du... Mann, wie lange hast du kein Starbound mehr gespielt? Merkst du was, ne? Starbound? Ich nimm noch einen Baum mit, ja, von hier. Okay. Ich hab auch, glaub ich, noch 67 plus 23 Setzlinge da drin. Bei mir im Inventar. Ey, kein Ding, mach nur. Ja, du, dann würd ich sagen, gib schon mal Koordinaten ein und dann ab, die Lucy, wenn du Kohle hast. Jeder, der Peter. Ja, dann besorgt ihr mich. Warte mal, ich hab doch Kohle. 68. Kannst du dich mal entscheiden? Oh, wir müssen 200 haben und wir haben nur 156. Das wird nicht... Weischt, hat noch jemand Kohle von euch? Bestimmt. Oh, Mann. Scheiße. Ich glaub auch nicht. Ja, dann müssen wir wohl noch mal runter. Da haben wir die Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es. Komm, oder haben wir unter das nicht mal? Hey. Ich hasse es. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Nee, warte, 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 warte. Ich hab ne Idee. Ja, du hast ne Idee. Ich glaub, man kann aus komplett rohem Holz, kann man inzwischen Kohle machen. Oh, da hab ich noch ein bisschen was. Lass mal, lass mal... Da hab ich noch mal auch noch. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Ich bin auf dem Schiff. Aber, ähm, kann ich mal in einer Laufung hinbauen? So, Leute. Ja, wir sind immer auf dem Schiff. Nein, ihr wart grad weg. Ja. Ich hab mich runter teleportiert. In dem Moment, wo ich mich runter teleportiere, teleportiere... Ovenpleas, ovenpleas, ovenpleas. Ich hab noch tausend ungemachtes Holzholz. Schön, ich brauch nen Ofen. Ja, dann mach doch mal nen Ofen, damit es wird wacht werden. Ach, ich hab alle Ofen dabei, ich bin schuld. Ja. Ja, Alter, willst du mich ascheln oder was? Ja, tut mir leidig. Ja, Mann, hör auf damit. Obwohl das Holz ziemlich öfter ist, so. So, ich muss das mal probieren. Jetzt hier, äh, wie macht man das? Wo ist hier Holz? Wo ist hier Holz? Da ist Holz, zack, darin. Geht das wirklich? Nimm dein Holz da raus. Bäm! Yeah! Wir machen Bohle. Ja, I love it. I'm sexy and I know it. So, habt ihr noch mehr Holz? Da steht nur ein weiterer Ofen. Könnt ihr ruhig anschmeißen. Jo, warte, ich komm mal eben hoch hier. Äh, äh, äh. Läuft schon. Immer nachschmeißen. Oberen, der kann noch ein bisschen Holz vertragen. Immer nachfeuern. Hallo, klar. Hallo, klar. Noch ein bisschen, dann haben wir es. Brauchen nur noch 10. Also soll ich jetzt direkt in den, äh, nach Beta-Sektor? Ja, direkt, klar. Also jetzt nicht in den Beta, sondern direkt danach. Ja, ne? Nee, in den Gamma-Sektor. Oh, da steht da. Gamma, 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 ja. Der doch haut hin. Ja, Gamma, da sind wir, ja. Dann versuchen wir einen warmen Planeten und versuchen, dass das Level ein bisschen niedriger ist, ne? Aber nimm auch gleich, höchst mir egal. Und versuchen am besten auch einen hohen Planeten, äh, einen großen Planeten, ach's mir auch egal. Ich bin schon wieder offline, ich hör kein von euch, sorry. Ja, ich bin gerade am suchen, so ein bisschen. Ich bin auch da, ich wusste gerade noch nicht, was ich so schönes erzählen soll. Passiert, passiert. Passiert, passiert. Mondplanet wird jetzt nicht so prall, ne? Na, so eine Sonne ist auch nicht so cool. Oh, shit. Wann bin ich ein Noob? Alter, bin ich ein Noob. Passiert. Hä? So, geht doch. Zack. Will ich mal gucken, was passiert, wenn ich Chili esse? Mach doch. Du musst dann unendlich furzen oder so. Was? Alter. Okay. Ernsthaft jetzt? Nix. Ja. Es stimmt kein Planeten, glaub das. Ne, das kann ich nicht, kann ich nicht vorstellen. Ja, hier sind tausend, aber so Mond und da will ich nicht. Oh, was machst du da? Was machst du da? Ich mach was sinnvoller irgendwie zu euch. Ja, okay. Ja, ne? Ne, Mann, ne, hier, hier, Obsidian musst du nehmen. Da hat man eh eine Streifen Obsidian. Mach doch, mach doch Glas, mach doch Glas als Hintergrund. Das sieht geil aus. Na doch, siehst du die ganzen... Oh. Klack, 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 bau alles ab. Oh, ich hab grad ganz viele Quests fertig. Warte, ich stelle das mal eben wieder hin. Ähm, was war denn das für eine Truhe? Ist eigentlich wurscht, oder? Okay, mal gucken, was ich noch hab hier. Ähm. Ist der ja schwarze Zeug? Na, ich hab hier so ein komisches, so was. Sollen wir so ein Dschungelplanet nehmen? Ja, klar, bin dafür. Oder Forest. Welcome to the jungle. Hey, Jungle ist lustiger, oder? Da gibt's Jungle, gibt's mehr Verbände. Na, die Verbände kriegst du durchs Weizen auch. Ja. Ja, komm, ich geh jetzt einfach in den Dschungelplanet und Arsch lecken, okay? Machen dafür, machen wir da wild. Zieh durch, Digga, zieh durch. Go, 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 go. Haltet euch fest, wir sind gleich im Hyperspeed hier. Ja. Uiui. So. Alter, was macht ihr mit meinem Schiff, ihr Verdammten? Ja, hier, die Flämmchen hat hier einen voller Magna gehauen, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Verdammten. Wer ist meine Goldpicke? Ich bekomme gleich ein Appel. Ach so, lass mal was sinnvolles herstellen hier zum Beispiel für Sims. Ja, das ist eine Golddinger und ich mach am besten... Ich hab übrigens schon von Kachen eine Platin bekommen. Äh, lol, lass dir mit der Platin noch mehr geredet durch. Alles klar. Ja, ich, ja, 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 klar. Ja, macht mal, macht doch alle mal. Ich hab, ich hab Kachen eigentlich auch nur nach einer Golddingsbums gefragt, aber... Das ist doch richtig so, wenn das geht, dann geht das. Wenn es passt, alle, das ist okay. Alle acht, alle acht. Aber ja, könnten wir unser theoretisch auch mal gleich Upgrade werden hier auf Platin, was? Ja, ja, ich glaub, äh, Baden können wir genug herstellen. Boing. Platin ist hier. Komm mal direkt die Platinbahn darin. Mhm, fein. Ich geh runter. Fein. Okay, wir gucken uns schon mal um unten. Mw, 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 mw. Oh, das hier war ganz exkquisit aus hier. Oh, da ist Scheiß dran ab. Oh, da, 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 da. Warte mal, warte mal, warte mal. Hau jetzt, Alter, was... Warte jetzt, lass uns immer zusammengehen. Ohne Scheiße, so unsortierte Samen. Ah, da oben ist schon ein bisschen viel, aber das greift uns wahrscheinlich an. Ja, warte mal, ich hol mal alles raus hier, bis auf, bis auf die Erze. Ich bin neugierig, jetzt mal runter auf den Planeten muss man entscheiden. Oh, ich hab ne neue Pflanze gefunden. Und ganz viel Titan. Du hast neue Freunde gefunden? Oh, guck mal, da sitzt was in der Höhle und guckt. Ich dachte, ihr seid meine Freunde. Sagt er was? Oh, Scheiße, da ist ein Aufstieg. Das ist ein Dschungel, das ist bei der Wüste, Alter. Dschungelwüste. Geil, noch mehr Titan. Uiuiuiuiui. Holla, die Waldfeder. So, du hast... Komm mal deine Waffe raus. Komm mal deine Waffe raus, das Vieh rennt ja. Alter. Und der ist schon ein bisschen stärker, war? Noch ein paar Meter stärker? Schon ein bisschen, ja. Komm hier, Junge, komm doch hier. Welche Level hat der Planet? Das ist Gamma, ich weiß nicht, welches Level der ist. Welche Level hat der Planet? 3, 3, 3. Alles klar. Level 3. Na, dann kriegen wir hin. 3. Ich verstanden. 3. Level 3 übrigens, ja. Wenn ihr mir Titan bringt, dann können wir uns geile, geile... Wenn ihr mir Titan bringt und mein Reich, dann werde ich euch eventuell etwas, werde ich euch reich belohnen. Ihr verdammten Lakaien, ich werde euch wirklich reich entlohnen. Ihr werdet fürstlich belohnt. Da will ich hin. Da will ich hin. Tor, 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 tor. Alter, da ist hier viel. An der Oberfläche. Du bist jetzt zu dritt hier an die eigene Scheiße. Ich bin erster. Was war das denn? Weiß ich nicht. Sie hat es aufgesammelt. Silber. Aber ich habe übrigens, ich habe übrigens schon... Kohle. Was hast du? Ich habe gerade ein bisschen... Zwölf Titanen habe ich jetzt schon übrigens. Zwölf Titanen? Das ist nice. Das ist wirklich Nietzsche. Nietzsche, Alter. Nietzsche, Mann. Niedrig Nietzsche. Hieß der von euch. Sorry, Crystal. Ja. Die steht da und weißt, ahnt nichts Böses und wird dann gefistet. Ja, so ist es auch im echten Leben, weißt du. Ja. Du riechst dich mal um und guckst dich hin und auf einmal sowas. Das ist so eine Faust im Arsch. Na toll. Oh, guck mal, da ist Titanium. What? Ich bull... Ey, weg da, ich will da hin. Ich will da hin. Ich will da hin, Alter. Ich habe das Dingens hier von vorhin. Immer noch. Ficken Sie sich. Ficken Sie sich. Ficken Sie sich selber. Möget ihr euch selber penetrieren. Mann, du bist ja voll widerlich, Alter. Lass mich in Ruhe. Was? Ja, Mann. Was? What? Oh, da oben. Alter, nein. Da wumst dir so ein Ding rum, ey. Mann, von A nach B. Ein Überraschungsei. Ich werde das betätigen. Nein. Oh, überraschungsei. Oh, ich werde zerberstet. Habe ich ein Schwein. Nein, 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 nein. Oh. Nein. Oh, ja. Oh, nein. Alter. Einschlag. Oh, die haben aber auch einen Wams, ey. Ja. Die hauen ich hierin. Deswegen ist es jetzt ultra wichtig, dass wir uns neue Rüstungen machen. Ich guck mal, was das Ganze kostet. Der Spaß. Okay, tot, geil. Allerdings neue Waffen. Wow, geil, tot. Tot und Verderben. Schick, schick. Das ist mein Fetisch. So, hier, ich habe hier noch was für dich, Junge. Für wen? Hier, nee, für ihn hier, ne? Du hast hier noch ein bisschen Kupfer übersehen, ne? Ach, scheiße. Ich mag die Musik. Ja, die ist cool. Feiner Sand. Sehr schön, können wir sehr viel Glas machen. Ich würde mal sagen, das nächste ist jetzt Gold, was wir benötigen. Titanium-Barren hast du jetzt hier in der Dings drinne. Wo, seid ihr schon oben? Achso, ihr seid oben, okay. Ja, warte, ich komme auch gleich hoch und bringe euch den restlichen Titanen zurück. Ich komme gleich mit. Tatsache. Ach, ne, gar nicht. Oh, ich habe hier so viel Sand, Leute. Ich habe hier so viel Sand. Und hier so viel Gold und so viel Silber und so viel Platin und so viel Gold. Alter, die Rüstung wird teuer. Die Rüstung wird teuer. Hey, warte. Dud, Dud, Dud. Ja, ja. Wir kommen jetzt inzwischen noch ziemlich alt, ziemlich schnell. Ich bin hier, mein lieber Freund. Ah nein, das war meins. Scheiße. Herzlich Dank. Danke. Du kriegst meine Goldene wieder. Moment. Nee, du kriegst, gibst immer schön meine wieder. Na gut. Danke sehr. Herrlich. So. Titanium-Ore. Ore. Noch jemand Ores? Oder bist du schon am schmelzen? Ich habe schon geschmolzen. Ich habe hier neun Barren für dich. Hm. Dann her damit. Model. Oh, mal ein bisschen hier die Bude dekorieren. Das sieht ja öde aus hier. Könnte man meine Bude in Ruhe lassen? Dekorier die nur ein bisschen. Schmeißt nicht. Der Throne kann man sich ja gar nicht raufsetzen. Das ist ja Kacke. Ja. Und die ist Koggi. Weckschmeißen. Die ist Koggi. Koggi ist das nicht. Richtig Koggi ist das, du. Hört auf, so zur Rede kommt nicht aus Hamburg. Nee, tun wir nicht. Komm, tun. Kannst du meine Fresse heulen? Nee, okay. Ist gar nicht ein paar auf den Deckel, hör mal, ey. Oh, du kriegst wirklich. Auf die Rüsch-Tüten, ey. Hör mal, was willst du hier machen? So, ich kann für die Kristallflamme eine Vibro-Axe machen. Na was? Die passt bestimmt gut. Kannst du den Stiel in den Arsch decken oder so? Oh ja, dann gibst du ja hier Kristoffe eine Alte. Warte mal, die macht 66 Damage. Wie sieht es eigentlich hier mit dem Bett aus? Hat jemand mein Bett mitgenommen? Ja, ich habe alle Betten gerade. Ich habe übrigens in die Rechte von den beiden Truhen da ein bisschen was zu essen und so geparkt. So, ich steck mal, ich mache für jeden so eine zweihändige Axt. Hat man das gehört? Verdammt. Nein, weiß ich nicht. Je nachdem, also bei mir lass bitte aussuchen. Ich habe keinen Bock, ob er irgendeinen Scheiß mit dem ich nicht spielen kann. Okay. Soll es nochmal vibrieren? Ich habe die Worte dazu. Ja, da lasse ich es erstmal. Wir sammeln noch ein bisschen Ori. Ey, aber ich habe dir meine Axt gegeben. Ich gucke erstmal, dass die ganz Lowys da eine vernünftige Rüstung bekommen. Ja, dann, was willst du denn? Ja, wir müssen auch Geld haben, ne? Ja, ja. Ja, ich habe es gerade jetzt. Sind hier Platinbarren bei den Möbeln? Ja, weiß ich nicht. Sortiert erstmal allen Scheiß am besten. Genau. Am besten auch zwei Truhen, eh mal für Erze und eh mal für fertige Barren bitte. Genau, warte mal. Ich habe auch noch vier Truhen insgesamt. Mehr sogar noch hier. Ja, dann stell mal bitte hier unten noch eine nach hinten. Genau, dann haben wir die fertigen Barren drin. Okay. In die bunte und in den anderen, die in der Kleben, die Erze oder in der Großen, keine Ahnung. Was ist denn hier drin? Die ist ja eine bunte. Wo kommen die nicht fertigen? Hier rein? Ich habe meine Erze hier rein gepackt schon. Die denn daneben, neben die, links neben die bunte. Eine bunte, die fertigen? Halper, die ist auch noch was drin, das auf jeden Fall. Okay. Uga, Uga. Au. Au, es tut so weh. Ich bin so zweigeteilt. So, okay. Wo kommen die fertigen hin? In die bunte, oder? Ich hoffe, ich mit deinem komischen Strahl zu pieken. Okay. Guck mal, haben wir schon wieder 100 Gold fertig hier. Mehr habe ich nicht. 100 Gold. Wohl mit dem Leder. Ich habe kein Plan, nicht bei den Erzen. Alter, wo sind eigentlich die Diamanten hin? Wir hatten sechs ganze Diamanten und mehrere. Da sind doch sieben Stück in der bunten drinnen. Ohres. Achso, okay. Oh, ich habe auch noch ein Platinohr hier bei mir, allerdings. Ja, gleich. Kleinen Moment, Kinder. Jut, okay. Zeit ist auch rum. Echt schon? Jo. Ich habe die ganze Zeit verschlafen. Würde ich mal sagen, dass ich vernünftig wie Episch so und zwar anmoderiert habe. Moderiere ich genauso Episch wieder ab. Und verabschiede mich hier mit Tschüss. Ja mit Öl. Das war nicht, das war nicht Episch. Bis dann, Tschüss. Nein, war nicht. Ja, okay. Tschüss.